so damit hallo und ein herzliches willkommen hier bei let's war by german ihr seht richtig und es ist tatsächlich aktuell eine neue folge es kam jetzt lange lange zeit kam nichts hat seine gründe pc neu aufsetzen spiel nicht finden etc pp es wurscht jetzt ist es wieder da bieberfelde 2020 spielen wir wenn euch das gefällt und ihr mehr davon haben wollt dann abonniert ganz einfach den kanal lasst einen daumen hoch und dass ich das auch sehe und ja wenn ihr nichts verpassen wollen natürlich auch die glocke aktivieren fahrzeug 23 ende schicken wir erstmal die ganzen fahrzeuge und warten auf unseren ersten einsatz kann das mal sein dass die aufnahmen ein bisschen stoppt ein bisschen hackt also bei mir läuft es spielflüssig weiß ich nicht kann durchaus möglich sein 40 fps es wurde ein verkehrsunfall unter beteiligung mehrerer fahrzeuge gemeldet versorgen sie die opfer transportieren sie sie ab und transportieren sie auch die fahrzeugfrags ab also wenn wir mal gucken dass man hier den einsatz so gut wie möglich gestalten die ersten einsatzkräfte treffen wir ein so wunderbar die ersten einsatzkräfte sind eingetreten wir werden einmal rettungsstelle es wird gerade ein bisschen chaotisch hier an der einsatzstelle parken mal die fahrzeuge taktisch klug wo dahin wo dahin wo dahin hier hat der weh wo dahin bei der letzte rettungsschirme so dann einmal notarzt bitte aussteigen und Notfallrucksack ausrüsten habe ich nicht noch Notarzt ja dann fahr du mal dahin da hin Lula ist da hin und Polizei habe ich auch noch genau hier werden den Verkehr mal umläuten alles klar 24 bitte mit eingeschaltetem blau licht jetzt habe ich wieder keine maus meine maus bewegt sich nicht oh nein so da hat sich gerade noch meine maus verabschiedet ja auf dem weg kann man ja mehr brauchen gehen wir zu den günstigsten zeitpunkten natürlich so junge man ich würde sie bitten verlassen sie mal bitte den Unfallort hier so bitte behandeln den ELW stellen wir auch mal taktisch klüger so wie wir auch mal das HLF taktisch klüger stellen Genau, dann das KEF, Klaff, nicht KEF, Stimme, Arme, auch nochmal taktisch klüger. Die können eigentlich schon mal anfangen hier mit, äh, abstreuen und, ähm, fegen dann. So, dann wollen wir mal abstreuen. Ist natürlich cool, ne, mit Patienten. Aha, die Notärzte falsch gewählt, aber ruhig. Was gibt's? Höre, bin unterwegs. So, Herr Polizei. Bitte einmal, ähm, abschlimmern. Ja? Den können wir auch schon abtransportieren. Der Polizei bitte zweimal abschleppen. Und dann können wir rein theoretisch das KEF auch schon wieder nach Hause bringen. Nach Hause lassen. Streng genommen auch den ELW. Ende. Höre, schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Aber das lassen wir jetzt mal so, wie's ist. Ähm, ne, ich glaub hier ist noch eine Ölspur, Ölspur irgendwo. Ähm, müssen wir mal warten, bis der Abschlepper da war. Zumindest laut Karte sieht's aus, als wäre hier noch eine Ölspur. Ähm, Zivilisten, die sind da natürlich auch wieder standhaft. Ja, mal gucken, ob uns hier auch wieder solche Katastrophen erwarten wir momentan hier in Deutschland. Großbrände, Waldbrände mit Munitionslager und sowas. Schon ein Wahnsinn, was da momentan abgeht überall. Aber, ich denk, das ist auch der großen Hitze geschuldet. Und die, äh, über Deutschland gewütet hat. So ein Abschleppfahrzeug ist da. Das andere kommt da oben noch. Mal gucken, lass uns... Äh, egal, lassen wir abschleppen. Ähm, wenn wir Glück haben, ist hier sogar die Ölspur drunter. Ja, perfekt. Dann können wir gleich abstreuen. Na, das sind noch zwei. Ähm. Wir hätten natürlich auch das Ganze durch Stadtwerke machen lassen können. Die sind ja klar, hat hier, aber... Die Feuerwehr ist ja sozial. Die macht das mal eben schnell. Ja, wen auch da nicht? Zu schnell gemacht. So, der Einsatz gilt sogar schon als abgearbeitet. Dann können wir den... Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Ich hoffe, es langt die Zeit. Wird umgehend durchgeführt. 24. Ähm, was bist du für eine Streife gewesen? Ich weiß nicht, ich glaube die 1. Fahrzeug 11. Ja, den Cut hier machen wir gleich. Kümmern uns jetzt erstmal um den Fahrzeugbrand. Oh, LKW. Da rollen wir die Lakritzstange raus. Na klar. So, schnellen Angriff. Ja, die Polizei hätten wir natürlich jetzt auch gerade gebraucht. Äh, siehst du, die müssen ja... Die müssen ja einen Abschlepper besorgen. Hm, bin ich doof. Ja, die müssen ja... Ja, auf dem Weg. Ja, auf dem Weg. Müssen wir den Tank wieder voll machen. 24. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Gut gemacht. So, das ist da unten. Bring mal hin. Ähm... Ja, TV. Oh, ist die Person. Ich sehe keine Person. Im Gebäude. Na, ich ahne was Schlimmes. Ich alarmiere einfach schon mal vorsichtshalber das HLF. Fahrzeug 31. Ich hab da so blöde Vermutungen. Ist der Tank wieder voll? Ja. Dann... Können wir abbauen. Höre, Kisten arbeiten. Bestellen. Fahrzeug 11. VLF schicken wir wieder heim. Und Krankentransport haben wir auch noch. Und zwar am Krankenhaus direkt. Ja, hier ist gerade ein bisschen Chaos. Das macht aber überhaupt nichts. Ende. Was gibt's? Die, da können wir mal umleiten lassen. Sind gar nicht so viele Fahrzeuge. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Was gibt's? So, der... Ah, stoppt meine Hypoglykämie hier. Bei der letzten Aufnahme hab ich sie vergessen. Das war, glaube ich, auch eine Hypoglykämie. Weiß nicht hundertprozentig. Und? Nja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir so gedacht. Okay. Wir schicken einen Notarzt gleich hinterher. Ende. Ähm, ich werde mich brauchen. Tadam, 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 tadam. Fahrzeug 31. Einmal aussteigen. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Wo denn? Wo stehen die da? Ähm. Bank. Bank. Ach, du Scheiße. Fahrzeug 44. Fahrzeug 2. Warte 1. Ich schick mir gleich alles raus, was ich hab. Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Türbrenner alles aufbrechen. Auch noch. Leck mich doch am Arsch hin. Bank. 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 Sofort. Was gibt's? Auf dem Weg. Äh, jetzt fällt mir auch noch meine Hauptmaus auseinander. Was ist denn hier heute los? Fahrzeug 31. Mensch, jetzt keine. Der Notarzt muss aussteigen hier. Mein Gott, wo sind wir denn daheim? Ja. Zack. Tür ist auf. Kann die Feuerwehr abrücken. Bin unterwegs. Ja, lauft doch. Fahrzeug 31. Das ist die. estadisk. Vielen Dank. Das ist die Riot. Okay. Das ist die Ciao. Dit come cuff keeper. Vielen Dank.